Ich darf Sie recht herzlich einladen, dass Sie uns besuchen. Wir haben eine ausgezeichnete Fleischqualität. Das ist, weil ich sehr Amerika-affin bin und haben Gott sei Dank einen guten Deal schon vor Jahren einfallen können. Und eine Grazer Firma versorgt uns mit diesem sehr, sehr, sehr guten Fleisch. Aber ich möchte auch betonen, wir haben nicht nur das amerikanische, wir haben auch österreichisches, heimisches, gleich von den Nachbarn. Also ich glaube, das macht es aus. Wie gesagt, gute Qualität, nettes Ambiente, schaut vorbei, kostet es, ist wirklich toll.